hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft dashboard 2 mit dem rendi zusammen hallöle so und weiter geht's ja wir sind immer noch schockiert über rotary craft das hat jetzt so einen kleinen roten faden hier gezogen und wir haben mittlerweile 17 millionen das heißt ich halte das ganze gerät jetzt nochmal an und da ist immer noch nichts drauf und lasst es einfach laufen bis die energie alles und wenn dann immer noch nichts drauf ist dann ist definitiv also dann ist ja alles für den arsch so okay wie gesagt ist ein bisschen schockierend weil es macht halt auch gar keinen spaß rotary craft weiter zu machen wenn man quasi nicht von anfang an das so machen kann wie man möchte das ist ja das problem ist hängt ja auch alles andere dran wir müssen das bauen um den chef chor aufzuladen alter alter war ich jetzt erschrocken jetzt hat die facecam gefehlt oh alter ich bin zu richtig zusammengezuckt echt das hat geklopft und du schreist also was ist schreist aber es hat geklopft ja ja das problem ist halt wenn es einfach nicht so weitergeht wie wir uns das jetzt hier vorstellen weil wir müssen halt eigentlich ein chef chor aufladen dann können wir die engine bauen und so weiter und ich finde das echt doof dass das nicht geht dann hätten wir mit übersetzung mit getrieben und mit solchen sachen hätten wir dann ja 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 ich habe gerade so ein dicken sabber mund um meinem kopf okay ja dann hätten wir den ganzen quark weiter bauen können auf jeden fall ja und irgendwie macht es aber auch gar nicht so richtig spaß das ist das problem wenn es eben jetzt schon so packt gerade in der anfangsphase ist echt schade naja dann vielleicht ein anderes modpack wo das dann passt wir haben hier noch ein buch und zwar da wollen wir uns jetzt einfach mal in diesem partner ein bisschen was anschauen ich finde das nämlich ganz lustig und zwar wird auf dem nation with blogs so und da schauen wir einfach mal rein hier steht ein bisschen was drin und zwar was es für schöne blogs gibt hier gibt es zum beispiel den elevator der ist richtig cool den könnten wir eigentlich mal bauen haben wir wolle ja durfte und dann hatten wir glaube ich auch ender perlen ja 12 so alles wieder raus so elevator ist ganz lustig guck mal den kann ich nämlich dann kann ich nämlich was auf ich setze den jetzt mal klubs stehen hier rein und dann setze ich den da rein und dann funktioniert es nicht wieso nicht moment dann ist das wahrscheinlich gar nicht der elevator den ich jetzt angenommen habe der bergabler ab weil wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben ja du hast du warte mal ne 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 nicht kaputt machen und nicht kaputt machen jetzt wollen wir weiter wieso geht das jetzt nicht machst du das ist ein elevator ist ein elevator ist ein fahrstuhl da kann sich normalerweise hoch und runter bittchen warte mal ich will meine leider ansetzen so warte mal da machen wir das anders jetzt mal hier ein hin das ist keine wolle zack und theoretisch ist auch wohl komisch ging jetzt auf den blog und drück mal strg mit schon auf den blog stellen strg geht nicht ach nee drück shift drück mal auf space voll lustig wie sieht das aus wie viel ep hast du noch keine ahnung kaum noch was wieso ja du brauchst das zieht der ep ab ja 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 wenn du keine ep hast kannst du dich nicht mehr ja lustig ja das auf jeden fall elevator ist echt cool dann haben wir hier noch so ein sprinkler zum düngen das auch ganz cool was ich eigentlich mal bauen wollte was ich noch nie gebaut habe ist ein radio oder stimmte irgendwie so drinnen stehen oder ray einfach radio also gold redstone radios top thermal generator atomreaktor ach so ja das ist ein radios top dann radio das erste gleich da wo blocks steht als brauchen wir anders ja 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 iron bar war da ich mach mal die iron bars wenn man die nicht schon haben aber gut haben ja eigentlich oder gut ja ja gut hammer da gucke ich mal gut 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 ich habe schon holz dann redstone hast du auch ja redstone haben wir jetzt nicht mehr das ist das problem gar kein redstone mehr redstone ist hat mir auch ein zuschauer geschrieben findet man am häufigsten bei lava in der nähe von lava mit freder maus so mutig trinkt davor in die höhle trauen ach ich habe immer noch nicht dieses scheiß naja egal dieses was dieses scheiß dings bums hier das ding bums mini map mini map ich muss mal gucken was hier unten so schönes gibt oh bedrock hast du redstone ja irgendwie funktioniert mein ham ach so ich bin jüdisch wo ja verstehe ich nicht was denn der hammer der hammer der sollte doch eigentlich besorge ist die energieleiste leer vom hammer ist er gebrochen hammer broken ja ja das könnte das problem sein was ist denn du sie doch hier den tag ich höre dich auch klopfen ach hier ja hier unten ist er hast du redstone gefunden ne noch nicht ne aber hier war welches ist beim letzten mal was haben wir hier noch aluminium tag wo auch nicht mal fackeln mit der wie kacke ist das denn hier unten kommen auf jeden fall schon mal auf dings bedrock wenn er nicht bedrock das andere geht es ist ja richtig ja das problem ist das problem ist oh labber Oh, oh. Äh, Mann. Kacke, ich hätte so gern mal ein Radio gehabt, ey. Verletzend. Ah, dieses Redstone, das ist ja einfach so selten ist. Ich falle noch in die Lava, ich sehe das jetzt kommen. Kriege ich auch einen kompletten, ja, super kaputt. Warst du dein Name? Ja, ich habe Redstone. Oh? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich das irgendwie gescheit hier rausbringe. Erstmal hier freilegen. Boah, noch mehr Redstone. Kannst du mal herkommen, bitte zu mir? Ja, gerne, oder? So. Guck mal, ja, noch was frotzen. Ja. Redstone. Guck mal hier. Das ist gar nicht, wir wissen, du. Na, da, wo du bist. Da unten warst. Ah, da warst du. Ja, ja, bloß in die andere Richtung graben. Ich habe auch leider gar nichts mit, that's the problem. Also, ich habe jetzt fünf Redstone gewonnen. Ja, guck mal her, hier ist auch noch mehr. Da, 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 hier oben, hier oben. Da, mitkommen. So, da hinten. Da. Ganz viel Redstone. Ah, da. Mach auch vorsichtig, wenn es irgendwo Lava war. Brauchen wir hier das noch? Oh, ja. Oh, so viel Redstone. Gut, da ist ein Boden, ist noch eins. Stehst drauf. Cool, wie flachst du? Ich habe 35. Gut, die Lava habe ich gefunden. Wie? Ja, die war noch eine Etage unter uns. Ach so. So, warte mal, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich will jetzt noch mal gucken. Äh, einfach nach oben fliegen. Ja, ja. Hui. Oh, da wurde ich gerade angeschießt. Angeschießt? Angeschießt. Angeschießt denn. Hat mich einer angeschießen. Ja. So. Äh, hier hoch. Gut. Dann, Redstone. So, jetzt können wir unser Radio bauen. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Ich habe noch nie ein Radio gehabt. Zack, 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 zack. So, einmal festhalten, Radio. Können wir eigentlich, wo können wir das hinmachen? Das können wir hier oben hinmachen. Nee, hier so. Ich glaube, ich habe Redstone. Ah, und jetzt? Ach so, vielleicht die Musik. Warte mal, Musik. Wieso geht das nicht? Ach man. Warum kann man sich einfach mal was bauen, hinstellen? Ohne das mal wieder irgendwelche tausend Sachen so. Du kannst ja nicht mal da draufklicken. Eine Schallplatte. Was? Du brauchst, dazu braucht man Kristall, Kristalls. Die haben wir ja welche, oder nicht? Äh, first you need some Tuned Crystals, also du brauchst Tuned Crystals, warte mal, gibt es hier Tuned Crystals? Tuned, wie sehen die aus? Crystal, 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 Crystal Math. Tuned Crystals, was soll das sein? Ardite. Chris und Crystall, weder mit K noch mit C findet er ja gar nichts. C, R, Y. Radio geht nicht, ach man, das kotzt mich an. Crystal, Crystals gibt es genug, davon haben wir aber auch etliche. Ja, aber, aber das Problem ist, wir haben das Radio, äh, wir haben keine Tuned, also die müssen ja Tuned sein, und die findest, steht ja extra drin, die findest du nur im Dungeon. Gibt es hier Dungeons? Ja. Okay, weil hier oben, das sind ja etliche Kristalle, die wir da drin haben. Ja, ich weiß, aber das sind halt keine Tuned. Oh, Mann, ey. Äh, hm, was könnte man sonst noch machen? Gut. Ich will, dass wir das Radio gecraftet haben, wo ist der Mülleimer? Ja, ich weiß, dass du machst das zu Hause auch immer. Gut, ist doch ein Müllschlücker. Ich weiß nicht, was du sonst noch an den Crafting und sowas hast. Wo kann man hier? Dispenser. Warte, fack, Beeren fallen? Lauf mal rein. Ich will mal gucken, was passiert. Du sollst da keine Hühnchen reinschweißen. Lauf mal rein, komm, sei mal mutig. Ah, sei mal mutig. Ja, ich sind ja von mir. Bei mir passiert da nichts. Au. Echt nicht? Ne, lauf mal drüber, ich glaube, die gehen nur bei Monstern. Ja. Ich hoffe es jedenfalls, dass die... Oh, meine verkackte Beerenfall ist schon wieder... Ach, meine verkackte Spitzhack ist schon wieder kaputt, ja. Wie macht man die da nochmal ganz? Äh, ja, das Problem ist, wir haben keinen Elomite mehr. Also haben nur noch zwei Stück. Aluminium oder was? Ne, Elomite, das ist so ein Gemisch. Mal Sorge. So. Hast du die Bier? Wow. Ja, ich würde es gerade sagen, genau. Ich stelle mal eine genau davor auf. Wo ist die jetzt hin? Was? Die steht vor der Tür. Ja, aber ich habe da ja gerade eine hingesetzt. Die habe ich gerade abgebaut. Wie viele hast du? Eine oder zwei? Eine habe ich. Ja, dann ist eine weg. Okay, auch nicht verkehrt. Hallo, Herr Zombie, komm her, komm her. Wo ist er denn? Er kommt da von der Mine, den ich da... Hä, wo? Also ich höre, aber ich sehe nicht. Ach, der klemmt. Hallo, na? Ach da. Oh, jetzt aber schnell rein. Und, kommt er rein? Dummkopf. Au. Echt nice, oder? Ja. Pass auf, Zombie. Ah! Ja, die werden noch festgehalten. Aha, du kannst nichts. Oh, Zombie-Head. Den hast du gekriegt. So, okay, nice. Ja. Was gibt es denn hier noch so schönes? Open Blocks ist eigentlich ganz lustig, finde ich. Ein Building Guide. Was soll denn das schon wieder sein, Mensch? Eine Fackel und Glas. Das haben wir doch. Das Schönste ist, die Rezepte sind relativ easy. So, ich muss hier gerade nochmal mein Inventor ausklären. Zack, zack, zack. Was? Oh, Alter. Ey. Sowas ist scheiße. Oh, Mann, ey. So, warte mal. Eine Fackel, also eine Torch und Glas. Haben wir auch noch. Ganz ehrlich. So, okay, was können wir jetzt damit machen? Oh, ne, oh. Oh, schön. Cool. Warte mal, das muss man mal draußen aufstellen. Was stellt das da? Ich weiß, glaube ich, wozu das ist. Wenn es ein Building Guide ist, dann... Ah, ha, ha, ha. So, die Zombies... Oh. Oh, Alter, ich bin gleich tot. Schnell was essen. Lass uns mal pennen gehen, der Weile, oder? Weil wenn das gerade nachtest... Oh, das ist doch... Magnetostatik Engine. Was stand da jetzt gerade? Schön, oder? Ach so, warte mal, ich gucke mal kurz, ob dieser Ding zu uns aufgeladen ist. Ja, hier ist nämlich nicht mehr viel drin. Es passiert einfach nichts, es ist zu geil. Oh, Mann, ey, damit ist so geil. Und dann so eine Scheiße, ey, das ist ja wirklich zum Kacken, ey. Creepa! Hä? So. Warte mal, stell das Thema hier her, irgendwo. Zack. So. Cool, oder? Warte, warte, warte. Ach, der ist schon wieder mit seinen Hühnern. Nein, 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 drin, drin, in den Enten. Nein, das hast du jetzt nicht gemacht. Ich wollte doch bloß, dass die kleinen, die scheiß kleinen Viecher da reingehen. Geh da rein, geh da rein, geh da rein, geh da rein, komm. Oh, nein. Er hat die Hühner freigelassen. Invasion der Hühner. Oh, nein. Ah, gut, was ist das jetzt, trotz all der mir? Na ja, warte mal, wenn meine Vermutung jetzt richtig ist, dann kann ich jetzt hier... Ach so, nee, das ist einfach nur ein Building Guide. Okay, also das heißt, da gibt dir halt irgendeine Form vor, was du halt bauen kannst. Kannst halt hier so ein Iglo bauen oder was. Bist du denn? Was? Du hast gerade ein Skelett mit so einer Art Eliteanzug oder irgendwas. Ach so, ja. Was ist das? Ach, es wird dann immer kleiner. So, was haben wir jetzt hier? Ach hier, wie so ein... Hm, okay. Guck mal, du kannst sogar Tiere da mitfangen. Mit was? Ah, das Hühnchen gefangen. Okay, das sieht ja... Hä, das ist ja beknackt. 0x12x5, ja super. Was soll denn das sein? Ein Riesenpenis oder was? Jetzt habe ich ja sogar noch diese Scheiß-Musasick hier, ey. Ein Riesenpenis, naja gut. Ist jetzt auch nicht so der Börder, ne? Nicht wirklich. Wir sind aber eh erst mal für diesen Part fertig. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin haben wir die Scheiß-Hühner hier eingefangen. Ja. Na gut, dann in diesem Sinne, ab in die Rinne, hätte jetzt irgendwer gesagt. Naja, gut. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.